Ich hab erstmal ein Lagerfeuer in mich gestellt. Ja, ich hab grad auch ein Lagerfeuer. Geh weg, böser Mann. Ach ja. Ich würde aber mal sagen, ich komm gleich nach oben. Ja, das wäre sehr gut. Was passiert? Nö. Gehören, Frost. Eine Angel oder ein Fischernetz? Oder warum brauchen wir nochmal ein Spinnennetz? Kescher. Kescher. Hab ich gebaut. So. Kann das jetzt mal aufhören zu regnen? So. Achso. Ich hab... Die Feuerstelle gleich wieder abgerissen eben. Ja. Komm jetzt mal hoch. 15. Wow. Ähm. 11. 15. Erstmal alle Blumen unterwegs auch, damit ich finde. Big Fog. Aber die Grafik davon haben die jetzt geändert, ne? Hm. So geil. Boah, ich muss Blumen finden. Unbedingt. Schweinehaus kaputt machen. Oh Mann. Damals war sein Krust. Das ist geil, ne? Wie gemein. Ich dachte der Hammer wäre kaputt und bin einfach fliegt davon nach hinten. Ja, deswegen wenn das regnet ist, ist das total fies, wenn du kämpfen willst. Weg. Alles weg. Mann ist das gemein gemacht jetzt. Aber auch realistischer. Ja, deswegen. Das ist eigentlich ganz geil. Boah, es hat aufgehört zu regnen. Schweinehaus. Hallo. Hehehe. Alter, wann kriegt der wieder normal? Ähm, ich glaube wir können uns auch eigene Schweinehüt machen. Hm, kann man auch. Ja, ich meinte, wir können uns jetzt eigene Schweinehüt bauen. Ja, ich weiß. Alter, Abigail, tötet rein davon ganz viele Wespen. Loll, übertreibt doch einfach mal Abigail. Ist gar nicht übertrieben oder so, ne? Okay. Boah, ist das gemein wieder. Uuuuh. Ich hab grad einen Bob. Wow. Die Monster, die können dich jetzt auch angreifen. Die Halluzination. Ja, das machen die, wenn du ganz wenig Kopf hast. Okay. Das ist aber schon länger. Ja, wie war das denn mit dem Schmetterling? Einfach nur auf dem Boden machen? Ja, ja. Weil damit kann ich jetzt zum Beispiel keine Dinger mehr rufen. Oder muss ich den töten? Nee, eigentlich verletzen. Ich bin in der Wüste gelandet. Auf ein Warbloch gefunden. Äh, Kescher? Ja. Ich würde sagen, ich komm wieder zurück. Gehre. Muss ich auf jeden Fall ab nach oben. Ja. Wo ist denn meine Forke? Äh, ich brauchte aber fürs... Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Meinst du ich? Ja, aber bei mir ist es wahrscheinlich grad viel schlimmer als bei dir. Na gut, ich hab schon Feuer. Viel mehr hab ich das beim letzten Mal nicht gehabt. Ey, ist geil, ne? Ja. Echt geil. Feier das Spiel auch so. Keine Scheiße. Ich wollte... nicht... was sagen, ne? Hm. Dass das so... einfach wird. Boah, hehehe. Dunkel, dass da durch jetzt auch ist. Keine Blumen. Ah, hab ich da. Ja, ich kann mir ein Haus bauen. Ja. Was ist denn nochmal? Survival? Was war das denn jetzt hier? Der ist dadurch auch hoch. Fuck. Ah. Ah. Mein Gott ey. Hilfe. Ich sehe die Viecher noch gar nicht mal mehr richtig. Gut, das... Ich weiß schon was ich machen muss. Ich muss sie glaube ich retten oder so. Ey, lass mich. Lass mich. Hilfe. Hilfe. Äh. Hallo. Hi. Hilfe. Hallo. Warte. Ich kann das attacken, warte. Ich kann das attacken. Kannst du? Ja. Der macht, bevor ich verrickte durch. Ist das weggeportet eben? Darf ich mich hinlegen? Mach doch. Geht gar nicht, ne? Autsch. Drecksvieh. Danke. Ja. Bringt aber auch nicht viel. Vielleicht tot. Nein, ich will nicht sterben. Ich kann das nicht mal richtig attacken. Ich hab jetzt auch nur noch. Warum macht Abigail nix? Falls die behindert ist. Ich weiß nicht. Äh. Hier in der Kiste. Wow. Noch eins. Was sind die zwei? Dann kannst du dich jetzt... Lol. Ähm. Ja. Gut. Ich würde sagen, wo finde ich jetzt die Heilsabe nochmal? Survival. Irgendwo kommt ne Glitchy-Hand. Hast du irgendwo Gras gehabt? Ich glaub nicht, ne. Ach, nö. Nicht ernsthaft, oder? Ich kann die Hand auch hergern. Das brauchst du nicht machen. Ach, Mann. Jetzt haben wir kein Gras. Das weißt du, ne? Ja, schön. Wie ist denn meine Paarflöckerung? Toll. Jetzt muss ich warten, bis Tag ist, um Gras zu suchen, oder? Warte mal. Lolo. Wie brauch ich denn noch? Ach, ja. Mein Gott, ey. Ich hab doch gesagt, ich werde nicht lange überleben. Nope. Nope, 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 nope. Eins. Zwei. Drei. Dung. Boah, das kostet 40 Leben, lol. Hier. Plimmern. Komm mal. Verdammte Scheiße, ey. So, jetzt muss ich definitiv pennen gehen. Ne, ne? Du hast noch alles eingesammelt. Gerade das Fleisch. Wie krieg ich jetzt mein Gehirn hoch? Oh, lol. Ja, das ist gemein. Ich glaub, das werden wir nicht lange schaffen, bevor wir beide zusammen sterben. Okay. Ich glaub, zu zweit ist das schon extrem. Hier. Ess die. Was? Oh, Lee. Ja. Vielen Dank.